So, hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge von Kingdom Come, die Liberals. Und wir waren beim letzten Mal stehen geblieben, als unsere Wenigkeit aus der Stadt, aus dem Dorf vertrieben wurde und nach Thunberg geflohen ist, um diese Leute dort zu wahren, dass höchstwahrscheinlich eine Schar von Fremden auch sie angreifen möchte. Wir haben dort mit der Frau des, ja, sagen wir mal, Bürgermeisters des Gutsherrn nämlich gesprochen und sie hat uns abends jetzt hier besucht und wir haben über unsere Vergangenheit gesprochen, dass unsere beiden Eltern, also unsere Mutter und unser Vater vor unseren Augen abgeschlachtet wurden und sie hat uns was von ihrer Vergangenheit erzählt und als wir gerade mal zum Schlafen gekommen sind, kam der Gutsherr, hat uns aufgeweckt und meinte, dass welche aus meinem Dorf an den Toren warten. Das gucken wir uns mal an. Jetzt allererste Mal hier in Regen. Sieht auch sehr nett aus. Gucken wir uns das mal hier ganz kurz mal so ein bisschen an. Schön. Die Regeneffekte sind ja wirklich sehr schick gemacht. Aufgabe abgeschlossen. Begib dich zur Treppe am Tor zum Wehrgang. Dort. Begib dich zum Wehrgang und sprich mit Hauptmann Robert. Stimmt. Der Herr Robert war derjenige, der uns darauf hingewiesen hat. Wir reden mal mit den Leuten jetzt einfach. Was geht dir vor? Gut, die Leute sind hier etwas misstrauisch. Wo ist denn der Herr Robert? Da, aus Gales kam welche, ist da irgendwie... Genau. Wir können ja mit dem Wächter mal reden. Was geht denn hier vor? Ah, die Leute sind etwas unzufrieden. So, da sind wir ja auch schon. So, Herr Robert. Was ist denn hier los? Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deshalb würde Siegesmund bei Nacht auf Talmberg vorrücken. Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skarlitz eingelöst. Schlecht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Speer von Herrn Devisch sagen, Siegesmund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und der Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Speer noch gesagt? Nicht viel. Und bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Siegesmund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen. Wer sonst, Robat? Herr Ratzig, welche Erleichterung. Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier. Oh, du bist wirklich noch wach, Dibbisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich. Hm, na ja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Siegesmunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thallenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Siegesmund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Ratai. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Siegesmund kommt, solltet ihr euch ergeben, Dibbisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hierher. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr. Aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Scarletz. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Bedenk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Weit! Es tut mir leid um deinen Vater. Aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Dibbisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier im Talberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Baldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas... günstiger sind. Leb wohl! Leb wohl, mein Freund. Und viel Glück. Richte Herrn Hanusch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Aufmarsch! Erwählen sich nach der Fall. Es gibt der Reich. Na? Wenn er heute Nacht verdreifachen wie die Wachposten, teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Siegesbund Speer. Und da er die Flucht der Skarlitzer bemerkt hat, vermute ich auch Männer, die sie verfolgen. Halte die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Gut, äh, was kann ich denn machen? Dir kann ich helfen. Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Würde Gott über dich wachen? Ich muss etwas essen. Meine Eingewalde ziehen sich schon zusammen. Ähm, kriege ich auch irgendeine Flagge? Och komm, wir nehmen einfach eine. Ah, wir können keiner nehmen. Soll ich es was essen oder nicht? Wir gucken uns einfach hier um. Sehr schön. Mein Schwert habe ich. Und jetzt sollen wir hier oben Wache halten. Ich werde jetzt einen Teufel tun und noch unten essen gehen. Ich will meine Aufgabe gut machen. Ja, morgen. Beste Grüße. Was denkst du? Was? Ja. Ich bin ein verlorenes Schaf. Deine erste Verhause. Ich glaube nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen werfen. Ich zeige dir, wie der Hase läuft. Mach es. Genau. ah ok wie machen wir jetzt einfach mal provisorisch eine stunde er hat er gesagt wir können uns ja ein bisschen anlehnen und uns ausruhen hat sich etwas getan keiner hinter uns das ist ja schon mal gut wir werden jetzt hier einfach mal zwei stunden auf tun ich weiß nicht ob wir bis um 5 uhr warten sollten gut geht es jetzt hier weiter ja jetzt ist mittlerweile schon tag es regnet immer noch wie in strömen und wir gucken uns einfach jetzt hier so ein bisschen um was ist los da waren welche gewesen war was los hier was ist hier passiert folgen einfach jetzt hier mal wo geht es hier lang wo geht es hier lang gute frage hier geht es wieder hoch war ja also wieder zurück und irgendwo die treppen will ich hier rechts runter jo jo ich komm schon treppen hoch treppen hoch achso schloss knacken nein hier genau hier genau ah hier lang die rosen geöffnet wir haben jetzt angegriffen oder was oh wo wo wie sich dieser selbsternannte könig die liebe und den respekt seiner untertanen erheuchelt in der tat ist nun von luxemburg hat ein gutes händchen dafür menschen auf seine seite zu ziehen aber du wirst womöglich noch überrascht ich bezweifle dass er seine heiden heute auf uns setzen wird sei gegrüßt herr von talmberg das ist er das ist der verdammte bastard der den angriff geführt und meine eltern ermordet hat sei kein narr oder willst du so enden wie sie ich bin herr marquard von aulitz ich komme auf geheiß siegesmund von luxemburg könig von ungarn und kroatien der beauftragt wurde gegen jene vorzugehen die zwietracht im land säen und im namen seines bruders könig wenzel der vierte die ordnung im gesamten land wiederherstellt ordnung wiederherstellen indem er die ländereien des königs plündert und verbrennt sei gegrüßt herr marquard dass der bruder des königs sich bemüht in diesem chaotischen land für ordnung zu sorgen ist zweifelsohne löblich jedoch sind er und seine truppen offenbar vom weg abgekommen als burggraf des schlosses zu prag bin ich dem könig verpflichtet und hier in talmberg herrschte bis vor kurzem noch frieden bis ihr eintrat also was verschafft uns die ehre eures besuches gestern erst ging seine majestät gegen einen der feinde des reiches vor herrn ratzig kobilla dieser verwendete silber aus den skarne zerminen um eine auflehnung gegen die krone zu finanzieren zu unserem bedauern konnte der aufständische entkommen du weißt nicht zufällig edler herr wo er sich derzeit aufhalten könnte soweit ich weiß ist dieser herr ratzig von dem du sprichst des königs hauptmann in skalets ich glaube kaum dass er sich tatsächlich gegen unseren könig auflehnen würde davon abgesehen kann ich dir versichern dass herr ratzig sich nicht in talmberg aufhält er wäre ziemlich törig wenn er aus seiner burg die er nicht verteidigen kann in eine andere flieht die es ihm noch schwerer machen würde oder kann es sein dass mein bescheidenes anwesen eurer armee irgendwie im wege steht ich soll dem könig also mitteilen dass sich herr ratzig kobilla nicht hier in talmberg aufhält und dass er deine volle loyalität genießt ich versichere dir herr ratzig ist nicht hier und ich gedenke nicht mich in angelegenheiten einzumischen die mir keinen vorteil verschaffen nun gut herr wie du willst ich werde eure worte dem könig überbringen in der hoffnung dass er sie so aufnehmen möge wie ihr es euch erhofft jene mit einem reinen gewissen und einem guten willen brauchen keine furcht zu haben auch nicht in solch finsteren zeiten wo es kaum ein grund zur freude gibt lebt wohl herr lebt wohl lebt wohl lebt wohl lebt wohl lebt wohl da war höchstwahrscheinlich könnt fast dann welche Luxemburg und ja, hat die Männer dazu bewegt, wieder zurückzukehren. Das hat aber Davish auch sehr gut gemacht. Und ja, ein Glück hat jetzt unser Protagonist hier sich nicht allzu sehr aus dem Fenster gelehnt. Und hier nichts angezettet, obwohl der Blick zurück. Untertitelung des ZDF, 2020